Herzlich willkommen zur Good Vibes Challenge und wir sind gerade bei Teil 2 von insgesamt 4 Teilen, an dessen Ende eine 7-Tage-Challenge auf die wartet, wo du eine Woche lang richtig gute Laune, richtige Good Vibes tanken kannst. Und in dem ersten Video hatte ich euch ein bisschen was mal vorgestellt zum Thema Good Vibes und zwar erstmal erklärt, was überhaupt Good Vibes sind. Good Vibes sind, wenn man so möchte, ist im Prinzip gute Laune, die wir in uns drinne tragen. Und gute Laune, dass wir gut drauf sind, das hat einfach eine Menge Vorteile für uns im Leben. Erstens geht es uns selber richtig gut, wenn wir gute Laune haben. Good Vibes machen uns beruflich erfolgreicher, weil wir einfach die Leute viel besser motivieren, inspirieren und anstecken können mit unserer guten Laune. Und es ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Rezept für alles, was das Thema Liebe angeht. Und eine der Kernbotschaften, die ich in dem ersten Video hatte, war, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, wir müssen uns nicht gute Laune machen, wir müssen nicht positiv denken, um in eine gute Laune reinzukommen, sondern wir haben bereits die gute Laune in uns. Das ist sozusagen unsere Grundnatur, das ist unsere Essenz. Wir sind innerlich super gut drauf. Und ich habe hier in dem Blogbeitrag, den unter bigshift.live slash good minus vibes minus entdecken, habe ich dir einen Coaching-Prozess hinterlegt, mit dem du das selber erkunden kannst, dass tatsächlich egal, auch was immer dich gerade momentan bewegt oder bedrückt, auch was immer du tust oder erlebst, das ist sozusagen der Pfad oder der Weg direkt in deine Good Vibes. Und wie das funktioniert, kannst du dir einfach mal in diesem Coaching-Prozess anschauen. Du hast eine Demo dabei, wo du es bei einer Teilnehmerin erlebst, die selber mit einer Meckerstimme zu kämpfen hatte und die innerhalb von wenigen Minuten in Good Vibes reingekommen sind. Und du kriegst auch erklärt, wie der ganze Prozess funktioniert. Du kannst also selber anwenden. So, das ist das, was wir in Teil 1 gemacht haben. Und jetzt kommen wir zu Teil 2, nämlich der Frage, Ja, wenn wir doch die Good Vibes in uns drinne haben, warum zum Henker haben wir öfters mal Bad Vibes? Und ich werde dir heute ein Geheimnis zeigen, ein Geheimnis flüstern, ein Geheimnis verraten, warum wir durchaus ab und zu mal Bad Vibes haben und was wir dazu beitragen, dass die Bad Vibes noch stärker werden. Und wenn du das erkannt hast, wie das Ganze funktioniert, dann hast du die Chance, da rauszukommen. Und damit werden wir uns dann auch in Teil 3 beschäftigen. Das ist das nächste Mal dran, weil ich dir zeigen werde, wie wir Good Vibes in uns aktivieren können. Und das, soweit kann ich dir jetzt schon mal versprechen, wird dein Leben, wenn du das so noch nicht praktiziert hast, radikal verändern. Und das sind die drei Voraussetzungen dann für die 7-Tage-Challenge Eine Woche richtig gute Laune. Und wenn du da Lust drauf hast, da mitzumachen bei dieser 7-Tage-Challenge, dann geh einfach auf www.bigshift.live bigshift.live slash goodvibes Da kannst du dich kostenlos eintragen. Da halte ich dich auch im Laufenden über weitere Veranstaltungen zum Thema Good Vibes. Und wie gesagt, dann haben wir auch die 7-Tage-Challenge, mit der wir dann gemeinsam was auf die Beine stellen können. So, ich sehe hier gerade im Chat, dass jemand fragt, sag mal Martin, warum hast du das denn jetzt Good Vibes genannt und nicht einfach gute Laune? Nun, das ist dem Umstand geschuldet, dass es hier nicht nur darum geht, dass wir mal gut drauf sind, sondern dass wir tatsächlich Good Vibes, gute Vibrationen in uns spüren, die andere Leute anstecken. Ja, Good Vibes, das ist einfach ein Hinweis da drauf, dass das, was wir innerlich sozusagen zum Erstrahlen bringen, dass wir das auch ausstrahlen, dass wir das sozusagen in die Welt reinsenden und dass das, was wir an Good Vibes raussenden, das kommt sozusagen als Bumerang, als guter Bumerang, als positiver Bumerang zurück. Darum geht es und das ist deswegen auch der Grund, warum ich gesagt habe, hier geht es einfach nur um ein bisschen gut drauf sein oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass du erkennst, dass diese Good Vibes schöpferisch sind, dass du damit dein Leben wirklich auf eine ganz neue Spur bringen kannst, wenn es dir gelingt, diese Good Vibes zu kultivieren. So, soweit erstmal. Jetzt wollen wir uns aber mal mit der Frage beschäftigen, gut, wenn wir all diese tollen Good Vibes in uns drin haben und wir die eigentlich nur aktivieren müssen, warum in aller Welt haben wir Bad Vibes? Ja, schlechte Laune. Wo kommt die eigentlich her? Warum ist das so? Warum ist das manchmal sogar so, dass uns diese schlechte Laune regelrecht verfolgt? Wie kommst du dann manchmal, dass wir morgen schon aufwachen und schlechte Laune haben oder dass wir manchmal Phasen haben, ganze Wochen oder Monate, wo wir von Bad Vibes verfolgt werden? Und damit das jetzt, was ich dir jetzt gleich alles erzählen werde, nicht zu abstrakt ist, möchte ich dich bitten, mal kurz zu überlegen, was ein Thema ist, was dich aktuell einfach ziemlich nervt. Ein Thema, mit dem du selber haderst. Du bist vollkommen frei zu entscheiden, was du wählst. Das kann etwas in Bezug auf Liebe sein, dass du momentan frustriert bist, weil du in einer Beziehung bist, die nicht so läuft, wie du es vorstellst. Es kann sein, dass du frustriert bist, weil du gerade solo bist. Es kann was Berufliches sein, dass du sagst, ach, irgendwie bei der Arbeit ist das irgendwie total nervig und stressig oder dass du keine Arbeit hast oder was auch immer. Es kann auch irgendwas sein, was dich sonst so im Leben nerven kann, was auch immer dein Thema ist. Such dir mal ein Thema aus und schreib mir doch mal in den Chat rein, was ihr so für ein Thema euch auch aussucht, denn wir werden damit gleich ein bisschen arbeiten. Dann haben wir jemanden gesagt, kein Vertrauen in mich und da andere. Dann fragt jemand, darf ich auch körperliche Probleme wählen? Ja, absolut. Alles, was dich irgendwie abnervt. Andrea sagt, alte, neue Familiengeschichten, wunderbar. Selbstzweifel haben wir hier. Christina sagt, ich bin unfreiwillig Single, weil ich das Vertrauen verloren habe. Was habt ihr noch für weitere tolle Themen, wegen denen man echt bad vibes haben kann? Kate sagt ja, wiederkehrender Familienstress. Christina sagt, es ist eine gescheiterte Beziehung. Das sind alles großartige Themen für heute, wo wir ein bisschen erkennen und erkunden können. Wie bad vibes funktionieren. Josiane sagt, ich habe hier das Thema Geldmahnen am Start. Und Erich sagt, ich suche mir das Thema Beziehung mit meiner Partnerin, die mich immer unterjocht. Genau. So, dann sagt Alexandra, mich verloren fühlen. Joachim sagt, fehlende Wertschätzung im Beruf. Keine Motivation für eine Stelle, dass ich mir nicht Zeit für mein Ding nehme, immer erst die Pflichten abarbeite. Sagt Margarete, Knieschmerzen links und jetzt seit drei Tagen ist es. Links unterfordert im Job von Karin, innere Anspannung. Kerstin sagt, Langeweile. Und Xiane sagt, was sehr interessant ist, hier bei mir läuft oft so eine zweite Spur unterschwellig mit, eine Art Druck. Und er sagt, ich denke, ich sollte konsequenter sein. und Ute sagt, ich habe Angst, Klienten nicht gerecht zu werden. Das sind alles wunderbare Beispiele. Ich danke euch fürs Teilen. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, was eigentlich da genau passiert, wenn wir in diesen Bad Vibes sind. Und ich möchte vor allen Dingen auf eine Sache zu sprechen kommen, die aus meiner Sicht essential ist, essentiell ist, wenn wir einen anderen Umgang damit gewinnen wollen, wenn wir aus den Bad Vibes sozusagen raus wollen. Und ich möchte es einem Beispiel erzählen. Ich hatte vor kurzem eine Frau im Coaching, die für eine Firma, für die sie arbeitet, Vorträge halten sollte. Und das Problem, das sie hatte, war, dass sie einfach vor diesen Veranstaltungen nervös geworden ist. Und sie schilderte so, ja, ich weiß, diese Veranstaltungen sind wirklich sehr wichtig. Es ist wichtig, dass ich mich dort gut präsentiere, dass ich das Unternehmen gut präsentiere, dass ich Leute gut abhole. Aber je näher die Veranstaltung rückt, desto nervöser werde ich und ich kriege das auch nicht mehr richtig in den Griff. Ja, das heißt also, ganz kurz davor, irgendwie würde ich am liebsten gar nicht mehr auf die Bühne gehen. So schlimm ist das alles und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. So, und das ist ein typisches Beispiel für Bad Vibes und manchmal sogar für Bad Vibes, die sich selbst verstärken. Und ich möchte gerne, um das ein bisschen näher zu erläutern, was da genau passiert, zunächst mal auf ein wesentliches Faktum eingehen. Und das ist die Tatsache, dass natürlich Schmerz und die damit einhergehenden Bad Vibes zunächst mal grundsätzlich auch was ganz Natürliches ist. Es gibt so etwas, was ich als existenzielle negative Gefühle bezeichnen würde. Mit existenziell meine ich, das ist nicht zu vermeiden. Das ist ein Teil sozusagen unserer Existenz. Ja, also zum Beispiel, wenn wir mit irgendeiner Gefahr konfrontiert werden, dann ist es eine ganz natürliche Reaktion, dass wir mit Angst reagieren. Und das ist auch eine Reaktion, die wir uns nicht abtrainieren sollten, die vollkommen okay ist. Ja, wenn Gefahr droht, ist Angst auf jeden Fall ein wichtiges Warnsignal, ja, die auch ein bisschen was in uns mobilisiert. Und deswegen ist es ein existenzielles Gefühl, dass wir nicht aus dem Leben rausmerzen können. Es geht auch bei Good Vibes nicht darum, nur immer positiv drauf zu sein. Das ist total Schwachsinn. So, das Nächste, was ein existenzielles, negatives Gefühl ist, ist Trauer. Auch das ist etwas, was wir nicht vermeiden können. Trauer passiert, wenn ein guter Freund in eine Stadt, in eine andere Stadt zieht und wir wissen, wir werden ihn nicht mehr so oft sehen. Trauer passiert, wenn eine Beziehung scheitert, wenn wir uns trennen. Trauer passiert, wenn ein Mensch von uns geht. Trauer können wir auch haben, wegen einer verpassten Gelegenheit. und das ist ein ganz natürliches Gefühl und auch das werden wir nicht und sollten wir auch nicht aus unserem Leben wegixen wollen. Das gehört einfach dazu. Einsamkeit, das Gefühl, alleine zu sein, ist ebenfalls ein natürliches Gefühl, das wir nicht ändern können. Wenn wir wirklich zu lange Zeit auf uns selbst zurückgeworfen sind, ist das Gefühl der Einsamkeit da und es will uns daran erinnern, dass wir wieder Kontakt suchen mit anderen Leuten, dass wir in Austausch gehen. Und wenn wir mit Situationen einfach überfordert sind, dann ist Hilflosigkeit ebenfalls ein ganz natürliches Gefühl. Es ist ein existenzielles Gefühl. Hat jeder mal erlebt, wird auch jeder von uns erleben. Du, ich, wir alle, das ist ganz normal. Und wenn wir Ungerechtigkeiten erleben, dann ist Ärger, Missgunst, vielleicht auch Ekel, alles was so Ablehnung ist, ist ebenfalls eine ganz natürliche Reaktion, ein ganz existenzielles Gefühl, das wir alle haben. Und bei der Frau war das so, die, die die Vorträge halten sollte, die hatte das Thema Angst am Start. Wenn man vor Leuten steht und einen Vortrag halten soll, dann denkt man erstmal, ja gut, so gefährlich ist das doch jetzt gar nicht. Aber natürlich ist es gefährlich, weil wir könnten uns natürlich blamieren. Es könnte unsere Reputation beschädigen. Es könnte für uns selber ein ziemlicher Anschlag auf unser Selbstwertgefühl sein. Es kann sogar vielleicht in dem Fall noch Ärger geben in der Firma, für die sie tätig ist und so weiter und so weiter. Also hier ist das Angstgefühl der entscheidende Punkt, ja, was die Frau da erlebt hat. Und das war auch das Erste, was ich hier gesagt habe. Diese Angst ist normal. Lampenfieber ist normal. Das passiert. Das passiert mir auch heute noch. Und ich kenne keinen wirklich sehr erfahrenen, vortragenden Trainer, der nicht ganz kurz, bevor es losgeht, Lampenfieber hat. Also eine etwas mildere Form von Angst. Und das ist normal. Der entscheidende Punkt, und jetzt kommen wir hier zum wesentlichen Geheimnis, was das Bad Vibes Thema angeht. Der entscheidende Punkt ist, wie gehen wir mit der Angst um? Wie gehen wir mit den existenziellen Gefühlen, die jeder von uns immer wieder in seinem Leben erleben wird, wie gehen wir damit um? Und aus meiner Sicht gibt es zwei Wege, was wir tun können. Und dazu möchte ich gerne mal kurz hier zu der Big Shift Landkarte überblenden. Das hier ist der Weg, um den es geht, wenn wir aus dem sogenannten Dramaland des Lebens, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, ins sogenannte Erfolgsreich kommen wollen. Und das heißt hier mal ganz konkret, es gibt ein Erfolgsreichspiel, wo wir Good Vibrations haben, die wir ins Leben ausstrahlen und die auch als gutes Sohn zurückkehren. Und es gibt ein Dramaland-Spiel, mit dem wir uns heute beschäftigen, und das sorgt für Bad Vibes. Und jetzt kommen wir noch mal zurück zu der Frau, die Vorträge halten sollte und die gesagt hat, je näher die Veranstaltung rückte, desto schlimmer wurden ihre Bad Vibes. So, ich habe also gesagt, pass auf, das ist noch mal, Frage, was machst du jetzt mit dem Gefühl? Wie gehst du damit um? Und dann hat sie so ein bisschen in sich hineingefühlt und hat sie gesagt, es ist ganz komisch, aber ich versuche das irgendwie runterzudrücken. Ich versuche das zu bekämpfen. Und genau das, habe ich gesagt, ist das Problem. Wenn wir gegen unsere Gefühle ankämpfen, dann machen wir aus einer, aus einem existenziellen Schmerz, und das ist jetzt wirklich wichtig, wenn wir gegen unsere Gefühle ankämpfen, dann machen wir aus einem existenziellen Schmerz etwas Schlimmeres. Und ich möchte gerne dazu ein kleines Experiment mit euch machen, um einfach mal zu erläutern, was da genau passiert. Und zwar möchte ich gerne Folgendes machen, das ist ein bisschen krass, aber probiert es einfach mal trotzdem aus. Was passiert, wenn ihr euch selbst in die Hand zwickt? Macht das mal jetzt. Auch wenn es jetzt gerade einen Augenblick wehtut, achtet mal einfach da drauf, was da in eurem Inneren passiert, wenn ihr da zwickt. Was läuft da für eine Dynamik ab? Was geht da in euren Inneren ab? Macht das mal kurz. Und wenn ihr so merkt, ah, ist ja okay, dann schreibt mir nochmal ganz kurz in den Chat hinein, ob ihr das Gefühl habt, dass nicht nur da der zwickende Schmerz ist, sondern ob da noch was Zweites da ist. Wie ist das, wenn ihr euch selber so in die Hand zwickt? Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber probiert es trotzdem mal auf. Christine sagt, es vergeht nach dem Schmerz, es geht voll in den Bauch. So, und da sagt Andrea, das Zweite ist Wut, dass mir jemand wehtut, ganz genau. Es geht eine Krampfwelle durch den ganzen Körper. Erich sagt Schmerz und Angst. Eckart sagt hier, es kommt Ärger hoch. Okay, Melanie hat auch nicht richtig genug zugezwackt, sonst würde sie sagen, nicht nichts. Genau, dann sagt hier jemand, ich bin genervt davon, dass ich mir selbst antue. Christine sagt, man fühlt sich dumm. Ute sagt, der Fuchs geht voll dahin, es wird heiß. Xiane sagt, ich ärgere mich über mich selbst. Ganz genau, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind jetzt hier gerade an einer sehr essentiellen Ecke. Joachim sagt ja noch Widerstand, mich selbst zu zwicken. Ganz genau. Ja, das, was wir da tun, ist, dass wir sozusagen dem Schmerz, ja, den wir da erleben, noch eine zusätzliche Dimension hinzufügen. Ja, eine zusätzliche Dimension, ja, dass wir quasi diesen Schmerz bekämpfen und durch den Kampf entsteht jetzt ein sogenanntes zusätzliches Leid. Wenn ihr das versteht, was ich jetzt hier gerade als Botschaft habe, wenn ihr das versteht, dann haben wir schon den Schlüssel gefunden und ich werde das gleich noch ein bisschen genauer untersuchen, aber es ist entscheidend, um bedwides zu verstehen. Ja, wenn wir anfangen, gegen unsere Gefühle zu handeln, führen wir einen Kampf gegen uns selbst, den wir nicht gewinnen können. Denn in dem Augenblick, wo wir sozusagen die Oberhand haben, in dem Augenblick, wo wir uns selbst sozusagen besiegen, haben wir gleichzeitig auch verloren und in der Regel ist es genauso wie beim Zwicken, es nervt, ja, der Schmerz bleibt, ja, etwas gegen uns, in uns kämpft dagegen an, weil es sagt, was soll das Ganze und so erzeugen wir aus einem natürlichen, existenziellen Gefühl, einem Schmerz, Leid. Und ich benutze diesen Begriff Leid im Sinne von Dalai Lama, der gesagt hat, dass der Schmerz unvermeidlich ist, Leid ist jedoch eine Entscheidung und diese Entscheidung ist ganz einfach, dass wir, wenn wir anfangen, gegen unsere Gefühle agieren zu wollen, dass wir dann ein Leid selbst machen. Und Scham und Schuld, Depressionen oder sehr heftige Ängste, die einfach nicht mehr vergehen wollen, das ist meine These, die ich hier in den Raum reinwerfe zum Nachdenken, sind aus meiner Sicht selbst gemachtes Leid. Gegen den Schmerz können wir uns nicht wehren, das Leid haben wir selbst gemacht. Und in der Dramaland-Karte wird das hier ganz oben mit dem verlorenen Paradies abgebildet. Ihr seht hier zwei Gesichter, eins lächelt, eins ist nicht so gut drauf und dazwischen ist so ein Blitz und dieser Blitz zeigt, dass wir ganz früh schon im Leben anfangen, eine Trennung vorzunehmen oder Split, wie ich das auch nenne. Es gibt drei Split-Punkte und der erste Split-Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, das ist sozusagen der Split ich gegen mich. Dass ich bestimmte Seiten an mir toll finde, das ist sozusagen dargestellt durch das lächelnde Gesicht und dann gibt es andere Seiten in mir, die finde ich nicht so toll und das sind oft auch schmerzliche Seiten. Dinge, die wir nicht so toll an uns selbst finden, die wir ablehnen und dadurch entsteht dieser Split ich gegen mich und daraus entsteht eben nicht nur Schmerz, sondern eben dieses unglaubliche Leid. Je mehr wir uns selbst ablehnen, desto höher ist das Leid und wenn das Leid einen bestimmten Pegel erreicht hat, wo es dann wirklich auch echt unangenehm wird, dann entsteht in uns, Achtung, eine Sehnsucht, so nenne ich das, einen Wunsch, diesen Schmerz, dieses Leid, das wir aus der Wunde, aus der selbstgemachten Wunde sozusagen erzeugen, dieses Leid irgendwie stillen zu wollen. Wir wollen irgendwie eine Art Wunderpille haben, mit der wir aus diesem Leid wieder rauskommen und da wir das oft nicht merken, dass wir das selbst gemacht haben, dass wir sozusagen gegen uns selbst gekämpft haben, ist die Folge davon, dass wir oft im Äußeren schauen, dass wir dort eine Lösung finden, weil wir gar nicht auf den Trichter kommen, dass wir das selbst gemacht haben sollten. Und dann landen wir sozusagen im Dramaland. Und wenn wir im Dramaland sind, dann ist eine der ganz wesentlichen Zielsetzungen, die die meisten Leute dort haben, wie kann ich diesen Schmerz, wie kann ich diesen Kummer in mir in irgendeiner Form kompensieren, wie kann ich ihn in irgendeiner Form stumm machen. Das ist das, was uns im Dramaland gefangen hält, ja, dieses, diese, diese unglaubliche, diese Wunde und auch diese Leere, die wir dann in uns verspüren, weil es einfach etwas in uns auch verloren gegangen ist, ja, durch diese Erfahrung des Wegdrückens. und wir versuchen dann in irgendeiner Form, ja, mit diesem Leitgefühl, das wir in uns drin haben, umgehen zu können. Und ich zeige dir jetzt mal ein paar sehr typische Art und Weisen, wie wir das machen können. Ob das jetzt zu deinem Thema passt, weiß ich nicht, ja, das ist auch ein bisschen globaler jetzt aufgebaut, aber vielleicht kriegst du jetzt hier schon an dieser Stelle schon mal einen Hinweis, was denn deine Art und Weise ist, mit dem Leid umzugehen. Und ich fange mal an mit der erste Strategie und das ist die Strategie des Genuss. Und jetzt möchte ich dazu sagen, dass alle vier Strategien eigentlich, ja, etwas für etwas erstmal grundsätzlich stehen, was in Ordnung ist. Es ist schön, das Leben zu genießen. Wir werden gleich über das Thema Liebe, Erfolg oder Sinnfindung sprechen. Das sind alles Themen, die wichtig sind für unser Leben, aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, der entscheidende Punkt, sie sind nicht in der Lage, ja, unbedingt dieses Leid, das wir uns selbst antun, zu heilen. Und wenn wir den Weg des Genusses gehen, ja, dann ist das so, dass wir denken, wenn ich in irgendeiner Form Spaß habe, wenn ich in irgendeiner Form, ja, irgendwie so ein Gegengefühl habe, ja, dass irgendwie gute Laune oder gut drauf sein sorgt, ja, dann geht es mir wieder gut, dann ist das Leid vorbei. und leider ist es so, wenn wir das im Äußeren suchen, dass wir dann zu, manchmal zu Dingen neigen, die uns überhaupt nicht gut tun. Also zum Beispiel, ja, kann es passieren, dass wir dazu neigen, unsere negativen Gefühle zu betäuben, ja, und zwar mit Substanzen. Manche Leute essen dann zum Beispiel, also Frust essen, mir geht es irgendwie nicht gut, jetzt muss ich einfach irgendwie Happer machen. andere Leute rauchen, um das Nikotin aufzunehmen, andere Leute ziehen sich Süßigkeiten rein, ja, weil das macht dann irgendwie für einen kurzen Augenblick zumindest mal, gibt das so einen Schub, ah, jetzt geht es mir doch ganz gut, ja, aber wenn der Zucker vergangen ist sozusagen, dann taucht das alte Gefühl wieder auf. Weite Möglichkeiten sind, dass man irgendwelche Medikamente nimmt, Alkohol trinkt, Drogen zu sich nimmt und alles das zielt nur darauf ab, den Schmerz, den wir in uns fühlen, das Leid, um genau zu sein und das Leid in irgendeiner Form zu betäuben. Und wenn wir nicht zu Substanzen neigen, dann können es auch Aktivitäten sein, zum Beispiel exzessiv Fernseh gucken, ja, wenn man irgendwie am Wochenende nur noch Binge-Watching von irgendwelchen Shows macht, um irgendwie mal aus dem Scheißgefühl rauszukommen, dann macht man gerade etwas gegen das eigene Leid und man kämpft sozusagen durch dieses Fernsehschauen, durch das exzessive Fernsehschauen gegen sich selbst an. Das gleiche gilt für Internet, wenn man stundenlang rumsurft, obwohl man da eigentlich gar nicht wirklich was sucht, Spiele, Videospiele, Shopping, Pornos und selbst aufräumen, selbst aufräumen kann dazu beitragen, dass wir in irgendeiner Form versuchen, aus dem Gefühl rauszukommen. Und wenn das etwas ist, was in irgendeiner Form wo du denkst, ja stimmt irgendwie, ja jedes Mal, wenn das passiert, oh ey, dann neige ich dazu, keine Ahnung, mir erstmal irgendwie an den Kühlschrank zu laufen und dann mich irgendwie zuzufuttern, ich mach mir jetzt eine Flasche Wein auf oder was auch immer, ja, dann nutzt du sozusagen als Kampfmittel gegen dich selbst, gegen deine eigenen Gefühle, die Strategie des Genuss. Und das ist die erste Strategie und sei einfach ehrlich zu dir selbst, was machst du da genau? Aber es gibt ja noch mehr, deswegen möchte ich gerne auch gleich auf die nächsten Punkte zu sprechen kommen. Nächste Strategie ist, dass wir auf das Thema Liebe setzen. Das gilt vor allen Dingen, wenn wir, sag ich mal, sehr heftige Dinge mitgenommen haben aus der Kindheit zum Beispiel, dass wir uns überhaupt nicht geliebt gefühlt haben, dass wir sehr viel Selbstzweifel haben, geringes Selbstwertgefühl, dann kann es sein, dass wir denken, ah ja, wenn ich da die große Liebe finde, dann bin ich wieder glücklich. Dann soll also sozusagen die Beziehung mit jemand anders, das eigene Leitgefühl ausgleichen. So, und das ist erstmal auf den ersten Blick sogar etwas, was ganz viele Menschen machen. Also ich habe das auch gemacht und ich denke, die meisten von euch kennen das auch. Problem ist jedoch dabei, wenn wir aus dem Leid heraus handeln, wenn wir also gar nicht jetzt auf jemanden zugehen, weil wir ihn wirklich lieben, sondern weil es uns einfach scheiße geht und wir brauchen irgendwie einen Ausgleich, ein Wundermittel, eine Wunderpille und wir handeln aber aus dem Leid heraus, dann ist es so, dass wir oft zu bestimmten Handlungsmustern neigen in Beziehung zu anderen Menschen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Liebe. Und das erste Muster, das wir drauf haben können, ist, dass wir anfangen, jemanden anzugreifen. Wenn wir zum Beispiel irgendeinen Mist erleben, jemand hat uns versetzt und wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung, dadurch irgendwie ein Problem oder sowas, dann kann es sein, dass wir einfach den anderen irgendwie anklagen. Der ist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Dieses Arschloch hat dafür gesorgt, dass ich jetzt hier irgendwie in der Scheiße sitze. Und das heißt also, wir neigen dann dazu, irgendjemand anders für unsere eigenen Gefühle verantwortlich zu machen. Der ist schuld, dass ich das und das irgendwie erlebe. Und wie hoch dieses Anklagepotenzial ist, das kann man ganz gut im Internet beobachten, in sozialen Medien, wo es dann immer wieder irgendwie Leute gibt, die über andere Leute ziemlich heftig herziehen, bis hin zu Shitstorms. Und ich sage mal hier als These in die Runde, kann man mal diskutieren, ob das richtig ist oder falsch, wenn du das mal dir anschaust, wie viele Shitstorms im Internet stattfinden, wo die Leute regelrecht in einer Gruppe irgendwelche anderen Leute mobben. Das passiert jetzt nicht, weil die Leute nichts Wesseres zu tun haben, sondern es passiert, weil es denen einfach scheiße geht. Und sich gegen jemanden zusammenzurotten und den mal als schuldig hinzustellen und den ganzen Braster abzulassen, das ist tatsächlich eine Art und Weise, mit dem eigenen Leid umzugehen. Und je beschissener jemand drauf ist, desto höher ist die Chance, dass er zu so einem Verhalten neigt. Und schau mal selber bei dir, was du da machst. Sei ganz ehrlich zu dir. Neigst du dann dazu, irgendwie andere Leute dafür zu beschuldigen oder auch meinetwegen das Leben zu beschuldigen? Und das wäre dann, dass du tatsächlich im Angreifer-Modus bist, aus dem Leid heraus. Die andere Methode ist, dass wir uns anpassen. Da kommen Scham und Schuld rein. Und vorhin hatte jemand im Chat gefragt, sag mal, gehören Scham und Schuld nicht zu den existenziellen Gefühlen. Und ich sage, nein, Scham und Schuld gehören nicht dazu. Die sind selbst gemacht. Und sie entstehen, wenn wir denken, der andere, diese geliebte Person, meinen Partnern oder Partnerinnen oder meine Kinder oder mein Chef oder meine Kollegen oder meine Freunde oder Freundinnen, die kann ich wieder für mich gewinnen, wenn ich mich anpasse, wenn ich es ihnen recht mache. Perfektionismus ist der Versuch, andere Leute gütig zu stimmen, damit wir Anerkennung bekommen, vielleicht sogar Liebe. Und dadurch versuchen wir, das innere Leid zu bekämpfen. Das ist der entscheidende Punkt. Scham und Schuld haben die Funktion, uns klein zu machen, klein zu halten und uns sozusagen darauf zu richten, dass wir bei den anderen Anerkennung und Liebe bekommen. Und diese Anerkennung und Liebe, die wir dann bekommen, die soll uns helfen, unser eigenes Leid zu mildern. Und Stichwort toxische Beziehungen, in Beziehungen, die eben nicht nicht nur auf Liebe, sondern eben auch auf Leidgründen, ist es oft so, dass es dann zwei Partner gibt, die sich da spiegeln in gewisser Art und Weise oder die sich sozusagen ergänzen, so muss man es besser sagen. Dann gibt es dann den Angreifer, Klammer auf, Narzisst nennt man die oft und dann gibt es den Anpasser, das ist der Empath und Empatin und die bilden beide zusammen ein perfektes Paar irgendwie, um dann in Co-Abhängigkeit einer toxischen Beziehung zu frönen und das geht dann auch so in ganz krasse Sachen rein, dass man sich dann ewiglich streitet, dann wieder versöhnt und so weiter und so weiter. Und das ist einfach eine Art und Weise, die letztendlich zum Scheitern verurteilt ist, weil sie nicht wirklich auf Liebe fußt, sondern auf einer Leidvermeidung und diese Leidvermeidung ist aber wiederum nicht nur ein Kampf gegen sich selbst, sondern in dem Falle kämpft man dann eben auch noch gegen den anderen ab und deswegen kann das nicht funktionieren. Und die Folge davon ist, dass auch ein Teil davon einfach flüchtet, geht dann aus der Beziehung raus oder bleibt drinnen, aber zieht nicht mehr richtig mit oder man macht Schluss, geht in die Einsamkeit rein oder man hat so On-Off-Dinger, das ist, wenn du in sowas drinnen sein solltest, so eine On-Off-Geschichte, dann schau mal, ob da nicht irgendwie dieses Muster mit angeht, angreifend anpassen, da gerade abläuft. So, und das ist das Thema Liebe und dann haben wir noch zwei weitere Muster, die gehe ich ganz kurz durch, danach werde ich auch Fragen beantworten, aber lass uns erstmal hier diese Muster anschauen. Das nächste Muster, wie wir versuchen können, das eigene Leid zu mildern, ist, dass wir versuchen, das über den Erfolg zu lösen. Wenn ich erstmal erfolgreich bin, wenn ich viel Geld verdiene, dann kann die mir ja alles leisten und dann habe ich auch eine Möglichkeit, mir was weiß ich zu gönnen und dann bin ich gut drauf oder aber, der Erfolg sorgt auch dafür, dass die Leute mich respektieren, besser noch bewundern. Und das ist ja Respekt und die Bewunderung über den Erfolg, sozusagen der Ausgleich, den wir anstreben, um das eigene Leid zu übertönen, sozusagen Gegenmedizin, ein Gegenmittel zu schlucken. Und eine andere Art und Weise, wie sich das dann bemerkbar machen kann, dass wir versuchen, dieses Leid wegzudrücken, ist, dass wir vielleicht sogar auch unglaublich viel arbeiten. Workaholics, Leute, die im Hamsterrad stecken, die sich wirklich kaputt arbeiten, die neigen dazu, die Arbeit zu missbrauchen, dass sie dann nur in der Arbeit drin stecken, um ihr eigenes Leid zu übertönen. Und das war ein großer Muster, das ich früher gemacht habe. Ich habe früher unglaublich viel und hart gearbeitet und wenn dann ein Wochenende war, dann ging es mir richtig scheiße. Und wenn ich dann wieder am Montag arbeiten konnte, dann war ich irgendwie, dann ging es mir wieder besser. Aber es ging mir nicht wirklich besser, ich habe einfach nur das eigene Leid, den eigenen Schmerz unterdrückt. So, und dann komme ich zum vierten und letzten Punkt, wie wir gegen uns selbst kämpfen können. Und das ist paradoxerweise das Thema Sinn. Wenn ich erstmal erleuchtet bin, dann wäre ich wieder glücklich. Oder wenn ich meine Berufung gefunden habe, oder wenn ich authentisch lebe, oder wenn ich im Einklang mit Gott oder dem Universum, oder was auch immer lebe. Und ich weiß, das wird vielleicht den einen oder den anderen jetzt ein bisschen erstaunt. Martin sagt irgendwie, wie, was? Ist das nicht der Ausweg, dass wir irgendwie vielleicht meditieren oder mit unserer innere Stimme in Kontakt sein und so weiter und so fort. Und ich sage, ja, das ist natürlich, Meditation, Yoga und all diese ganzen Sachen sind wunderbar, aber nur dann, wenn wir sie nicht mehr brauchen, um gegen das eigene Leid anzukämpfen. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die exzessiv meditieren und exzessiv Yoga machen, aber nicht, um diesen wunderbaren Zustand auszukosten, sondern um das eigene Leid zu übertönen. Man flieht sozusagen aus dem Körper raus. Man flieht raus aus all den ganzen inneren schlechten Gefühlen in der Hoffnung, dass wenn man dann möglichst lange da in so meditativen Zustand oder meinetwegen auch in so einer rosa-roten Welt sieht, da ist doch alles ganz toll und hier sind alle die ganzen Engel und ich bin ja irgendwie so unglaublich spirituell, aber in Wirklichkeit ist im Leben irgendwie unglaublich viel überhaupt nicht in Ordnung und wenn wir dann sozusagen Spiritualität missbrauchen, um gegen uns selbst anzukämpfen, das ist etwas, was überhaupt nicht funktioniert. Und das ist die, aus meiner Sicht jetzt hier heute entscheidende Kernbotschaft, um die es geht, dass wir, wenn wir im Dramaland sind, all diese wunderbaren Dinge wie genießen, wie in Liebe sein, erfolgreich sein und sinnvoll leben, dass wir dadurch, wenn wir es versuchen, gegen uns zu verwenden, um Leid zu vermeiden, dass wir dann ein heftiges Problem haben. Und ich möchte euch jetzt nochmal einladen, bevor wir gleich ein bisschen diskutieren, einfach mit mir diese Übung mal machen, zu machen und zu gucken, ja, was ist hier los. Obwohl, ich würde mal gerne kurz doch mal in den Chat hineinschauen und mal gucken, was ihr mir hier geschrieben habt. So, dann sagt hier jemand, Scham und Schuld sind aber auch anerzogene Kulturgefühle. Ich sehe es genauso. Scham und Schuld ist etwas, was wir, was uns beigebracht worden ist, ja, dass wir sozusagen gegen uns selbst handeln. Das ist die Funktion von Scham und Schuld. Scham und Schuld soll bewirken, dass wir gegen uns selbst handeln. Alexander sagt, also wir maßregeln uns selbst, damit wir uns wieder angenommen geliebt werden, also sich selbst beschuldigen. Ja, das machen wir. Wir haben innen drinne eine Schuldstimme oder ein Schamgefühl abgebildet, das uns klein hält. Einige sagen von euch, ich habe viele Baustellen. Lass uns doch mal schauen, ja, wie das jetzt genau abläuft. Ja, lass uns mal gemeinsam gucken, ja, mit dieser Übung, die ich hier mitgebracht habe. Es ist wirklich eine ganz einfache Übung, damit wir mal den, nicht Big Shift, sondern Big Shit anschauen können, den wir in unser Leben reinbringen. Also, denk nochmal an ein Thema und daran, was du da vielleicht einfach innerlich empfindest. Ja, das können dann einfach so diese Gefühle sein, von denen ich eben gerade schon gesprochen habe. Dass du vielleicht eine Situation hast, wo du Angst hast, wo du von Trauer erfasst wirst, weil du etwas Wesentliches in deinem Leben vermisst, was du dir alleine fühlst, von dem Thema überfordert fühlst oder meinetwegen auch Ärger, ja, oder Ekel hast oder sowas, weil dir einfach was auf den Geist geht. Und dann check nochmal ab, wie reagierst du auf dieses Gefühl, auf dieses Frustgefühl, auf dieses Angstgefühl, etc. Bist du im Erfolgsreich und sagst du ja zu dem Schmerz, also nimmst du dieses Gefühl liebevoll an oder lehnst du den Schmerz ab? Was ist deine Strategie? Wie antwortest du auf das Gefühl? Und schreib mir doch mal kurz in den Chat hinein, was ihr macht bei eurem Frusthema. Wie bekämpft ihr euch selbst? Nur Mut. Lass uns das hier teilen. Ich habe euch ja selber ein bisschen gestanden. Workaholismus, also Überarbeitung, war mal eine Strategie, die ich lange Zeit gefahren bin, um gegen mein eigenes Leid anzukämpfen. Was habt ihr für Strategien? Andrea sagt Workaholic und Spiritualität. Ute lenkt sich gerne ab. Johannes, am ehesten so etwas für Resignation, da ist nichts gegen zu machen. Das ist das Fluchtmuster, Johannes. Das ist dann das Aussteigen aus allem. Ja, leck mich alle mal im Arsch. Ich kann eh nichts machen. Ich bin hier raus. Dann sagt Ammanpred, kein Selbstvertrauen, Angriff meines Liebsten. Genau. Tobias sagt Leugnen, das ist Flucht. Christine sagt Ablenkung durch viel Arbeiten. Jawohl. Josiane sagt, dann fange ich an zu essen. Harald sagt, ich weiche Gespräche aus, das ist Flucht. Workaholic, Fernsehsucht. Danke, dass ihr das hier so offen teilt. Finde ich super gut. Ja, finde ich total klasse. Kerstin sagt, ich rede mir das schön. Das geht so ein bisschen vielleicht so ein bisschen in Richtung Spiritualität. Ja, so ist alles so schön hier. Joachim sagt, ich habe eine innere Wut und wie geht es mit der inneren Wut um? Ja, also kämpfst du dagegen dich selber? Alexander sagt, ich haue gerade nochmal drauf und steige mich rein. Genau, das ist wie eine Eskalation. Dann haben wir hier jemanden, der sagt, ich bin dann im Genussbereich und ich will es allen recht machen. Arbeiten und mir was Neues ausdenken. Kate sagt, ich kann die Frust nicht liebevoll annehmen, weil ich ständig mit Wiederholung rechnen muss, versuche mich abzulenken, werde aber auch aggressiv. Ganz genau. Eckert sagt, aufschieben, Aggression und Neid, Rückzug. Wunderbar. So, jetzt lasst uns mal einen Schritt weiter gehen. Ja, ich habe hier noch ein paar mehr Fragen für euch. So, also so antwortet ihr sozusagen auf das Gefühl. und was macht das jetzt für euch in Bezug auf die Situation? Was denkt ihr dann über die Situation, wenn ihr merkt, dass das solche Gefühle in euch hervorruft? Wer von euch hat das Gefühl, dass dadurch die Situation viel größer wird, viel schwieriger wird, scheinbar unlösbar, ja, es quasi aus einem kleinen, normalen Problem ein riesen, fetter Elefant geworden ist? Christen sagt genau. Nein, es sagt hier, ich bleibe, alles bleibt, ich finde mich damit ab, das ist jetzt hier noch Flucht. Genau, Kate sagt, es ärgert mich, ich überlege immer wieder, warum ich nicht aussteige. Merkt ihr, was da passiert? Ja, ihr habt innerlich in einer bestimmten Art und Weise auf euer eigenes Gefühl reagiert und habt dadurch jetzt diese Situation so negativ aufgeladen, dass ihr am liebsten denkt, oh, ich würde am liebsten hier raus. Warum mache ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Christine sagt, zur Angst kommt die Erschöpfung dazu, die Verdrängung hilft nicht. Harald sagt, Problem schlägt sich hin. Amalpred sagt hier ganz genau, ich merke es und ich schaffe es einfach nicht. Und was bedeutet das, wenn ich nochmal hier an dieser Stelle weitergehen kann, was bedeutet das zum Beispiel, wenn, wie Christina, das so beschreibt, meine Gedanken kreisen zwanghaft um die Situation, ich werde wütend. Das ist genau das, worum es hier geht. Das ist das, was die Bad Vibes erzeugen. Wir sind sozusagen an die Situation gefesselt, verstrickt mit der und wir werden immer wütender, immer frustrierter, immer genervter, wollen immer mehr weglaufen. Ute sagt, ich habe das Gefühl, das kriege ich nie in den Griff. Herr Clemens sagt, nichts verändert sich, es fühlt sich an wie ein Gewicht im Kopf, das nicht wettzukriegen, ist quasi unlösbar. Und Karin sagt hier, danke an alle, das ist super, eure Offenheit so hilfreich. Ja, das finde ich auch. So, und lass uns jetzt noch die letzte Frage erkunden. Was denkst du dann über dich? Was passiert da bei dir, wenn du diese Situation erlebst, diese Unlösbarkeit, was denkst du dann über dich selber? Was passiert, wenn zum Beispiel wie bei Mechthild das dann sowas ist wie, sie sagt, das Problem zieht sich durch mein Leben, lähmt mich, ich habe das Gefühl, alles wächst mir über den Kopf. Und jetzt kommen hier schon die nächsten Fragen rein. Ja, was denke ich dann über mich? Was mache ich falsch? Anderen Leuten kann ich helfen, aber mir nicht. Christine sagt, nicht viel Gutes. Ich kriege es nicht mehr gebacken, ich resigniere. Andrea, ich bin zu doof, ich schaffe es nicht, ich check es nicht. Johannes sagt, ich fühle mich schwach, unzugänglich. Christine sagt, ich entwickle einen Hass auf mich selbst. Harald sagt, ich bin schuld und vermassle es. Ute sagt, sie fühlt sich schwach. Susanne, ich bin hilflos, ich kann es nicht verändern. Tobias sagt, Scham. Xiane sagt, erst war da nur das negative Gefühl, dann muss ich auch noch Übergewicht bekämpfen, ich versage total. Christine sagt, eine unendlich Traurigkeit breitet sich auf, ich bin ein Versager, mein Leben verfuscht, sagt Karin, genervt. Cornel sagt, ich bin nicht gut genug. Selbsthass, Kerstin, ich bin nicht liebenswert. Ich gehe weiter in die Selbstsabotage. Selbsthass schreibt hier Mechthild. Okay, ich glaube, das reicht hier als Beispiel. Clemens bringt es immer noch ganz gut auf den Punkt. Wieso schaffe ich es nicht, damit besser umzugehen wie andere Menschen? Zudem gebe ich mir die alleinige Schuld. Genau. Ich würde mal sagen, lass mal hier an dieser Stelle auch so stehen. Ich denke, es sollte jetzt jedem sonnenklar sein, was hier gerade passiert in dieser Situation, was wir da untereinander, was wir da mit uns selbst machen durch diese Gedanken, durch diese Gefühle. Ich hoffe, dass das soweit einigermaßen klar und verständlich ist, dass wir sozusagen das Leid, das wir da erleben, dass wir das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst machen. Das ist die entscheidende Botschaft hier. Und die gute Botschaft wiederum ist, es gibt noch einen anderen Weg. Und den wollen wir uns jetzt in Kürze selbst anschauen, nämlich in der nächsten Show, in dem nächsten Video. Da werden wir jetzt, nachdem wir das Geheimnis der Bad Vibes untersucht haben, herausfinden, wie du deine Good Vibes aktivieren kannst und wie du dein Leben radikal verändern kannst. So, und das war's für heute in der Big Shift Live Show. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen, ein paar gute Erkenntnisse. Ich weiß, dass wir noch einen nächsten Schritt machen werden. Das kommt dann im nächsten Video. Meine Einladung an dich, wenn du das Gefühl hast, dass das hier das Thema ist, dass dich richtig abholt, dass das etwas ist, wo du merkst, dass du hier bringst genau auf den Punkt, worum es in meinem Leben geht. und ich würde gerne aus diesem Muster mal raus, ich würde zumindest mal wenigstens einen Ausweg sehen können und zumindest mal ansatzweise erleben können, dann komm doch zur Good Vibes Challenge. Trag dich ein unter www.bigshift.live slash goodvibes und meine Bitte an dich ist, wenn du Freunde, Freundinnen hast, andere Leute, die das gut gebrauchen können, dann verweist sie bitte auf dieses Video und verweist sie bitte auch auf diese Good Vibes Challenge. Das ist wirklich für alle kostenlos. Da werde ich euch einen tollen Selbstcoaching-Prozess zeigen, mit dem man einfach sein Leben mit mehr Good Vibes angehen kann.